moin liebe youtuber heute mal nicht vom wasser sondern aus dem garten zu hause endlich mal temperatur mit einer 2 davor da ruft der garten mich natürlich ich muss den rasen mähen ich habe hecken geschnitten ich habe blätter aus den beeten geholt ich habe bäume zurück geschnitten und ich habe jetzt wirklich keinen bock mehr den grill habe ich gefunden der stand im garten häuschen den habe ich erstmal sauber gemacht und auch richtig bock was zu grillen da gibt es nichts schöneres als so eine schöne forelle drauf mit ein bisschen olivenöl rosmarin in so einer alufolie dann mediterranen salat dabei da läuft mir jetzt schon das wasser im mund zusammen aber ich bin hier im rheinland ich habe hier keinen salmoniden gewässer und kann nicht mit der fliegenrute und warthose in einem reißenden fluss stehen keine chance hier gibt es nur forellenteiche wo die forellen eingesetzt werden und die angeles wieder raus fangen können ist nicht jedermanns sache aber zweckmäßig ist es ich möchte morgen wenn das wetter genauso ist mal eine schöne forelle essen ich habe mir dafür eine forellenrute montiert eine pose drauf ein glas glas deshalb weil die forellen jetzt bestimmt ziemlich flach stehen bei dem schönen warmen wetter und ich sie auch dort bangeln möchte dann habe ich da ein 18er vorfach einen schönen haken dran fischen will ich morgen mit forellenteig ich weiß noch vor 20 jahren ungefähr da kam der forellenteig langsam an die angel teiche hat noch ein schweine geld gekostet das waren so kleine glas gläser sie waren aus richtigem glas mit einem blechdeckel das weiß ich noch berkeley power welt und ja wir haben uns gefragt wie angeln wir damit richtig gut werden sie wirklich gefangen wenn das ding sich dreht wie man den teig so an den haken macht dass er sich auch richtig schön dreht und auch zuverlässig dreht und lange dreht und nicht beim ersten wurf wegfliegt das zeigt euch jetzt einer der es wirklich kann das ist der rudy eisenbart der ist von der firma pure fishing kennt sich mit berkeley teig daher bestens aus und in dem nächsten kleinen video zeigt euch wie es geht viel spaß hallo liebe forellenfreunde ich bin heute für euch hier in der angel teichanlage lukenbach im westerwald unterwegs power bait forellenteig kennt jeder angelt jeder damit aber die frage ist oft wie bringe ich den köder an den haken damit auch fische fängt da die fische sehr aktiv sind möchte ich mit der standard variante anfangen dieser ist schnell gemacht dreht sich im wasser und wenn die fische aggressiv sind fängt er auch die fische ja ich habe jetzt hier grünen power bait genommen mit garlik aroma daraus habe ich eine kugel geformt als haken verwende ich haken mit einem großen hakenbogen dass die fische sicher gehakt werden diesen stecke ich jetzt hier in die kugel hinein drücke den teig auf meinem zeigefinger blatt form ihn dabei leicht konig nach vorne und nach hinten und fällt ihn einfach hier in der mitte zusammen das ist auch schon die standard variante an forellen teig kneten das ist schnell gemacht und sehr effektiv ja die zweite variante ist jetzt ein sehr schnell drehender teigpropeller den ich produziere dieser sendet starke druckwellen aus wenn die forelle heikel aber auch wenn sie sehr aggressiv sind ist das eine gute variante da die forellen sehr gereizt werden durch das seitenlinienorgan durch diese starken druckwellen und ich zeige euch jetzt wie ich diesen herstelle hier verwende ich jetzt gern captain america garlic power bait auch wieder eine kugel wie ich immer beginne dann stecke ich wieder meinen haken in die kugel hinein jetzt forme ich die kugel konig zu einer keule zwischen meinen handflächen hierbei ist darauf zu achten dass ich mit meinen handballen gegen meine handinnenfläche drücke und diese konig nach oben vorne hier muss auch wieder die schnur am ende vom power bait rauskommen nicht seitlich dann dreht er sich nicht jetzt nehme ich diese keule und drücke diese zwischen meinen zeigefinger und daumenblatt drücke das plättchen nach hinten und form ist hier auch noch mal gleichmäßig dieser propeller dreht sich sehr schnell im wasser und sendet starke druckwellen aus wenn zum ende hin die fische etwas heikler werden vorsichtiger beißen und ich die anderen versionen die ich schon probiert habe gehe ich ganz gern auf eine variante das ist die spirale diese dreht sich schön gleichmäßig ist im wasser und ist auch schnell hergestellt und ich zeige euch jetzt mal wie man das macht wie bei der anderen variante fange ich auch hier wieder mit einer kugel an der gleiche haken dieser wird in die kugel wieder hinein gedrückt nun formel ich die dem power bait zwischen meinen handflächen zu einer keule hierbei ist darauf zu achten dass die schnur gerade aus dem teig raus kommt und nicht seitlich jetzt drücke ich diese keule auf meine handfläche blatt und drehe sie mit zeigefinger und daumen in zwei verschiedene richtungen dadurch entsteht diese spirale die sich gleichmäßig durch wasser bewegt ich habe euch jetzt gezeigt wie man die propeller herstellt ich habe jetzt den schnelldrehenden propeller hier immer drauf gemacht und werde jetzt versuchen mal eine forella ans band zu kriegen so Ja, hier haben wir die erste schöne, kampfstarke Forelle, Captain America Power Bait auf den schnellen Propeller. Die erste Forelle konnte ich schon fangen mit dem schnellen Propeller. Jetzt haben wir hier den Standard Propeller, wenn es schnell gehen muss, wird der montiert, weil es relativ flott geht, diesen zu kneten. Und jetzt versuche ich mal den nächsten Wurf. Kurz absinken lassen. Dann geht's los. Knapp unter der Oberfläche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist jetzt der Biss, hat ein paar Würfel gedauert Schöne, kampfstarke Fische hier Da ist die schöne Forelle, diesmal auf grün Der Standardpropeller Schöne, kampfstarke Fische hier Es ist jetzt ein bisschen später schon am Tag Wir konnten schon ein paar Fische fangen Jetzt werden die Fische ein bisschen heikel Jetzt habe ich meinen Joker die Spirale mal drauf gemacht Die ich euch eben gezeigt habe Und jetzt probiere ich mal, ob ich noch den ein oder anderen heiklen Fisch an die Angel kriegen kann Der Biss kam jetzt direkt hier vorne an der Kante Der Biss ist noch da Ich werde es etwas länger ziehen und hängen Ohne gute Das Der Angeltag geht zu Ende Ich konnte schöne Fische überlisten mit den drei verschiedenen Propellern Jeder hat in seiner Situation den Erfolg gebracht Wer das Ganze mal lernen möchte Das komplette Forellenangeln, moderne Forellenangeln Kann sich auf meiner Webseite www.angel-erlebnis.de anmelden Dort werden Kurse angeboten In denen alles über das moderne Forellenangeln vermittelt wird Ich werde jetzt noch ein bisschen versuchen Die ein oder andere Forelle hier noch ans Bann zu kriegen Und bis zum nächsten Mal Beziehungsweise bis zu einem der Kurse Ciao